Jo, moin, da sind wir wieder. Ist grad ein bisschen weiter, weil ich grad ein bisschen vergessen hab zu starten, aber das war irgendwie erst seit... was weiß ich. Also ihr habt eigentlich nichts verpasst, wir sind nur eben hierhin gefahren. Juhu, wir fahren. Ja, wir fahren mit dem Auto. Ich hab eine Glitzerwaffe, ne? Wie man sich immer so die Glitzy-Stickers vorstellt. Ja, so hässlich. Holimong. Fertest sogar. Oh, da hab ich mich grad verlesen. Ich glaub, du hast sie verlesen. Verlesen. Ich glaub, der Stein hat einfach nur ausgewachsener. Leute, wir müssen zurück nach Sanctuary? Cross. Nach Hole. Okay. Ich wollt mich schon wundern. Finde den Safe. Oh, ich hab gar nicht nachgeladen. Wundervoll. Das hab ich auch nicht nachgeladen, weil ich da keine Muni mehr hatte. Da hatte ich auch keine Muni mehr. Also muss ich jetzt erstmal Munition kaufen. Ich hab einfach mal alles gekauft. Ich kaufe gar keine Muni mehr. Hm. Da weiß ich noch nicht, ob ich die verkaufen soll. Die sind nämlich eigentlich ziemlich geil. Ich glaub die bald mal. Lass ich hier natürlich drauf machen. Lass ich hier natürlich drauf machen. Nicht bald lassen. Oh lol, der machte den gas-explosiven Tank auf. Und zündung. Boah, ich dachte, da brennt's dran vorbei. Weil... Nein. Das daneben der explodiert, aber der hat Falle gebraucht. Eigentlich weil ich ne scheiß Waffe habe. Nee. Bam, das war gelles Tag Team. Ein Ding. Ein Ding. Entfernt, das war ein Ding. Nein, das war ein Ding. Hm. ätvergabend, hab. Na. Na. Wack. Na. Na, ha? Na. 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 Wenn es noch ein Küb gibt. Ein ätzender Goal, der hat. Töte ihn. Ahaha. Wow, Granate. So, Munition. Oh, was für eine geile Zielgenauigkeit. Noch mehr, Muni. Ja, war schön. Freut mich aber. Oh, schon Feldwaffe. Nachdem du nichts aushältst, du Kackding. Aber er dreht sich noch schön. Elite Marauder. Man, die war für dich eigentlich ganz cool, aber sie macht mir ein bisschen zu wenig Shirt. Meiner Meinung nach. Wir müssen irgendwie hier unten raus. Magst du dich auch noch bewegen? Ah, da kommt der Aufzug. Ich dachte gerade schon. Da glaube ich jetzt sterbe, aber ich glaube ich kann einfach runterstrecken. Ich bin unten. Vor der Aufzug ankommt. Na du. BAM, das ist ja wie ein COD. Ja, und Messer. Ach, der ist ein Moriath. Wieso ist er ein Moriath? What the fuck? I have no idea. Da war's, der Goliath. Aber, 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 what the fuck? Wer hat mich jetzt noch geschossen? Ist dein Ernst drüber? Das ist natürlich geil. Ja, voll geil. Für mich auch, ja. 100%. Lol, was ging mit dem ab? Nee, ich bin oben. Hä, der war gerade komisch gelb. Der Goliath. Ich mach mal hier mir alles auf, dein ganzes Geld wegzusnacken. Ich krieg mir nichts zu. Weil, das ist egal, das klingt ja auch. Naja, eben. Deswegen kann ich das ja machen, während du noch nicht da bist. Kannst du immer machen, auch wenn ich da bin. Ja, aber so konnte ich es noch mehr machen, sonst hätte ich es ausgelassen. Und da braucht man es ja eigentlich nicht. Du. Ich will einfach runterspringen. Wow, ich hatte gerade eine leichte Panik, aber ich tue es einfach mal. Ah, geht. Wie er erst mich springen lässt, um zu gucken, aber dann auch stimmt. Ah. Eigentlich hätte ich es so auch gemacht. So, und jetzt in den Tod springen. Oh, verdammt. Ah, da waren wir. Hm, da sind ziemlich auch korrekt. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Okay. Ammo-Dump. War eigentlich nirgends wo ein... Ja. Oh mein Gott. Waffen-Shop. Einfach rennen, einfach rennen, da kommen wieder diese hässlichen Spinnen. Wack-Hit-Larfen, oder was? Jupp. Nichts auch mit One-Hit kaputt? Aber trotzdem, sie nerven. Das dauert für lewig, bis man dann alle tot hat. Die sind geil. Die kriege ich free-free-hit-down. Ich hab ne Klasse für dich, ja. Klassen-Mod. Team-Genauigkeit. Plus 1,5%. Ich hab schon einen Klassen-Mod. Der gefällt mir echt gut. Hau Leute kaputt. Ich hoffe nicht ich. Money. Money. Ja, Money. Au. Die haben sich auf mich abgeschossen. Was? Na. Ähm. Ich geh auf dich, Natal. Wieder alle auf dich. Au. Wollen die von mir. So, da ist sie kaputt gegangen. Ah. Oh mein Gott. Tuck Thrasher. Abhauen. Ganz wie der Thrasher. Wo ist das? Wow. Yoga. Ich glaub hier war ich noch nie. Ich wusste nie, dass ich es aktiv hat. Ich mach das. Stell dich aber nicht auf meine Hilfe ein, weil ich bin hier entnahmend am Farmen. Nee, du kannst die Arme von dem abhauen. Ja, ich bin auch schon weiter. Oh lol. Ja, ich mein der ist tot. Ja, hab ich jetzt auch grad gemerkt. Oh ja. Au. Au. Bühler Thrasher. Bam. Und schon wieder einer tot. Na Kollege? Alter, wir sind im Kalten Dream. Ja, ich geh mal da lang. Klingt irgendwie sinnvoller. Oder? Hier komm ich ja gar nicht hoch. Ah, what the fuck. Ach nein, ich will keinen Thrasher. Nein, nein, wir haben doch Thrasher. Ich bin für unfaire Viecher. Dafür, dass ich die Thrasher nicht stunnen kann, also aus dem Boden ziehen kann, mache ich den absoluten Schaden. Bist du nur ungest. Ich geh grad hier oben lang, weil da auf der anderen Seite kann man nicht lang. Da kann man nur runter wieder. Hab ich so das Gefühl. Kann bei mir jetzt die Hatt langrennen irgendwo. Oh mein Gott. What the fuck? Warte, lass mich. Nein, ich mag auch. Ja, ich mach ja noch gar nichts, weil der mich tötet. Sofort wahrscheinlich. Ein Gegner oder was? Ja, ein leichter. Ein leichter Endgegner, oder? Ja, ein ganz leichter. Aber ich würde sagen, gegen den kämpfen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Schöö. Schöö. Puh.